Ich habe mir heute mal gedacht, ich möchte euch einen extrem geilen Kanal vorstellen. Steck ne Banane in dein Ohr. Was ist das für ein Bananenkorb? Du wirst niemals glücklich so. Probier's mal mit Humor. Marina und die Ponys. Das wird alle Knechte fallen. Weiß ich nicht, seid ihr behindert? Ihr kümmert euch um ein Pferd in eurer Freizeit. Wer kümmert sich denn bitte um ein Pferd in seiner Freizeit? Auf jeden Fall hat sie heute, beziehungsweise gestern, am 31. März einen April-Scherz hochgeladen. Dieser Brank ist so gut. Zeig euch das mal. Hey Leute, wie wahrscheinlich viele schon von euch im Titel gelesen haben, ja, ich höre auf mit YouTube und zwar haben mich auch schon ganz viele gefragt, wie ich das schaffe mit YouTube, drei Pferden und Schule und dann noch Freunde. Und ja, also die Schule wird halt immer anstrengender und immer schwerer. Und ich habe halt wirklich nicht mehr die Zeit und ich muss mich halt jetzt entscheiden zwischen YouTube und meinen drei Ponys. Und ja, also ich will halt nicht mit den Ponys aufhören. Deswegen höre ich jetzt mit YouTube auf. April April, ihr seid auf meinem Scherz reingefallen. Nein, bin ich nicht. Ich könnte das so kotzen. Das ist so unlustig und scheiße. Manche glauben das noch. Oh mein Gott, ich habe es geglaubt. Ha ha ha. Ich bin nicht reingefallen. Richtig Sherlock hier. Meine Katze hat auch am 1. April Geburtstag. Also was soll ich noch dazu sagen, ganz ehrlich? April April, ich habe ein Video gemacht. Ich habe ein Video gemacht.